Musik Michi Altorfer, der Rehazer Fisch ist im GÖB eine Runde weiter. Sie gegen Red 1 Martinach. Aber es war ein hartes Umkämpf, oder? Ja, das war so. Martin und ich hat gut gespielt. Ich meine, sie sind dritt in der Rangliste. Es wird uns nichts geschenkt. Wir sind Leader und jeder gibt noch mehr gegen uns. Und das merken wir sicher. Aber den ersten 2 Dritteln hat er nicht so richtig Vollgas gegeben. Seid ihr ein bisschen kämpft? Wir haben es schon immer probiert. Vollgas geben wir eigentlich immer. Aber wir sind in ein richtiges Spiel gekommen. Es waren 4-2 nach 2 Dritteln. Aber wir konnten doch eine gute Reaktion zeigen im letzten Drittel. Und wir konnten das Spiel gut hinbringen. Aber wenn man so ein paar Prozent weniger drangeht, 5 Prozent weniger geht, dann merkt man, dann kann man einfach nicht bestehen. Ja, die Liga ist so ausgeglichen. Du kannst nicht einfach sagen, heute gehen wir auf die Urgau und heute holen wir drei Punkte, wie es vor fünf Jahren war. Jeder Match ist hart und kämpft. Und du musst um diese Punkte kämpfen wie sonst nichts. Wie würdest du die Ausgabe 2014-15 EHZ Fisch beschreiben, die Mannschaft? Jung, ausgeglichen, Energie und viel Wille vor allem. Also positiv kann man schon etwas erwarten? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben etwas bestätigt von letzter Saison. Und das ist sicher unser Ziel. Ziel natürlich. Vor allem jetzt in den ersten Match gegen die grossen, sehr gut gespielt. Jetzt kommt vielleicht das Wochenende mit etwas kleineren. Zwar Red1 ist auch dabei. Ist das ein Unterschied, wenn man gegen ein Aschwa spielen müsste? Nein, wie gesagt, die Liga ist so ausgeglichen. Du musst jeden Abend kämpfen um deine Punkte. Sonst klappt nichts. Aschwa ist natürlich auch immer eine weite Reise, wenn man es machen muss. Was macht der Nicky so von der Reise? Der Hinreise, viel schlafen und lesen. Der Rückreise schauen wir an den Film. Kann man sich da gut erholen, wenn man so lange Reisen machen würde? Oder ist das nur Belastung? Ja gut, es ist natürlich schön, wenn du nach dem Spiel in dein eigenes Bett liegen kannst. Es ist egal, dass noch 4-5 Stunden mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Aber kannst du dich gut konzentrieren, dass du auf der Fahrt richtig gehst? Ja, das ist kein Problem. Da sind wir schon lange im Business alle. Und das gehört einfach dazu. Du hast jetzt einen neuen 2-Jahres-Vertrag unterzeichnet. Bei mir hat es ein Fisch, welches jetzt angefangen hat. Warum das? Ich habe das Vertrauen von den Verantwortlichen gespürt. Ich fühle mich sehr wohl hier am Wallis und dazu habe ich mich entschieden. Weiterhin gefällt es der Hebetis im Oberwallis. Sehr, ja. Aber Richtung Nationale gehen wäre das doch nochmal ein Fernziel. Wenn die Angebote kommen, muss man das sicher genauer anschauen. Aber im Moment bin ich sehr glücklich da. Und weiterhin Erfolg mit der MHC Visp. In Meisterschaft und GIP. Absolut, ja. Alles Gute. Merci. Merci. Tschüss.